Das Leben. In einem Augenblick fühlt sich alles so leicht, voller Freude und Glück an. Und plötzlich bricht diese heile Welt in sich zusammen. Wände wanken, alles wird laut und der Kopf kann kaum noch klar denken. Die Freude wird ersetzt durch einen Schmerz. Und der bisher klare Blick schaut ängstlich in einer Finsternis umher. Es scheint, als hätte jemand einem die Freude, ja die Freiheit, ja vielleicht sogar die Hoffnung geraubt. Tief im Innern bebt nur noch ein lauter Schrei. Ein Schrei nach Hilfe, die Sehnsucht zu heilen und einen Ort des Friedens zu finden. Doch wo findet man diesen Ort? Diesen Ort des Friedens und der Hoffnung, mitten, wenn um einen alles tobt. Jeder von uns kennt stürmische Zeiten. Manchmal im Leben scheint alles so, als wäre alles total im Chaos ausgebrochen und als würde alles einfach nur wehtun. Man sieht für einen bestimmten Moment irgendwie nicht mehr das Licht am Ende des Tunnels. Aber was ist, wenn ich dir sagen kann, dass es ein Licht gibt? Man muss nur ein bisschen länger aushalten und dann sieht man endlich das Licht. Und was, wenn ich dir sagen kann, dass manchmal die stürmischen Zeiten auch gut sind? Hi, mein Name ist Caro und ich bin hier, um dich zu ermutigen, dich zu inspirieren und dir zu helfen, ein Leben voller Friede, voller Freude und Inspiration zu leben. Und wenn du das haben möchtest, dann folg dem Kanal und schau dieses Video gerne an, weil heute geht es darum, um das Thema stürmische Zeiten im Leben und wie man diese überstehen kann und wie man wieder mitten im Chaos und mitten im Schmerz Hoffnung finden kann. Stürmische Zeiten sind Teil unseres Lebens. Und auch wenn wir sie nicht haben wollen, irgendwie entstehen sie trotzdem. Und gerade in diesen Zeiten haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob dieses Chaos, dieser Schmerz und dieser Sturm uns entweder zerbrechen wird oder ob wir daran wachsen werden. Und auch wenn wir uns oft fragen, warum das passiert, sollten wir vielleicht die Frage umformulieren in wofür. Weil vielleicht hilft uns genau der Sturm, Dinge zu schaffen, die wir sonst nie geschafft hätten. Vielleicht formt der Sturm uns zu einer Person, die wir sein sollen. Und vielleicht zeigt uns genau der Sturm Dinge, die wir niemals gesehen hätten, wenn wir nicht den Sturm erlebt hätten. Ich weiß, das hört sich jetzt voll irgendwie deep an und nicht so wirklich greifbar. Und genau aus diesem Grund möchte ich mit dir in eine Geschichte hineingehen. Und zwar die Geschichte steht in Matthäus 14, Vers 22. Und da geht es darum, dass Petrus mit den weiteren Jüngern mit dem Boot aufs Wasser rausgefahren ist. Jesus hat sozusagen vorher den Jüngern gesagt, sie sollen sich in das Boot hineinsetzen und aufs andere Ufer hinausfahren. Und genau das hat Petrus mit den weiteren Jüngern gemacht. Sie sind rausgefahren mit dem Boot, auf das Wasser. Und als sie mitten auf dem See angekommen sind, hat sich plötzlich das Wetter geändert. Die normalen, schönen Sonnenstrahlen sind auf einmal verschollen oder verschwunden. Und plötzlich zieht ein Sturm auf. Die Wellen werden immer größer und immer größer. Und ich weiß nicht, ob du schon mal surfen warst, aber ich war es letztens. Und ehrlich gesagt, ich finde Wellen schon ein bisschen respekteinflößend. Wenn sie mit so einer Macht und so einer Kraft auf dich einprassen und du merkst, dass du total schwach bist. Wie müssen sich die Jünger gefühlt haben, als die Wellen wirklich groß waren? Ich meine, es waren Fischer, die kannten sich aus mit dem Wasser, mit den Wellen. Und sie haben gestruggelt. Die Wellen wurden immer höher und der Wind wurde immer stärker. Und sie haben angefangen zu schreien, sie haben angefangen zu kämpfen und vielleicht haben sie sogar um ihr Leben gebangt. Die Jünger waren alleine. Die Jünger waren alleine mitten auf einem See, mitten in einem Sturm, mitten wo die Wellen eigentlich das Boot zerfetzen könnten. Die Jünger schrien und wussten nicht, ob sie das überleben und genau in dieser Situation entdecken sie plötzlich eine Gestalt mitten auf dem See. Ich weiß nicht, was du dir in dieser Situation gedacht hättest, aber die Jünger dachten, es war ein Gespenst. Und aus lauter Angst fingen sie nochmal an zu schreien, nicht nur wegen den Wellen, die so riesig waren und die tatsächlich das Boot zerbrechen könnten, sondern jetzt auch noch wegen diesem Gespenst und dieser Gestalt auf dem See. Aber genau in dieser Situation, wo sie plötzlich von Angst erfüllt waren und Panik erfüllt waren, rief Jesus zu ihnen und sagte, Habt keine Angst, ich bin es. Und Petrus, in dieser Situation, so kühn wie er manchmal ist und so mutig wie er manchmal ist, sagt er, Herr, wenn du es bist, dann ruf mich zu dir. Ich weiß nicht, ob er in diesem Moment irgendwie testen wollte, ob es wirklich Jesus ist und ob er überhaupt gedacht hat, ob das überhaupt Jesus sein kann. Auf jeden Fall die Antwort von Jesus auf dem Wasser, der auf dem Wasser gelaufen ist, war, komm zu mir. Ob Petrus sich in dem Moment gedacht hat, ist es ein Scherz? Mitten im Chaos, mitten, wenn die Wellen schlagen, ruft Jesus ihn raus aufs Wasser, dass er auf den Wellen gehen soll und zu ihm einfach rüberlaufen soll. Ich meine, das ist ja voll natürlich. Bist du schon mal auf dem Wasser gelaufen? Ich nicht. Und Petrus hat aber genau diesen Mut und es steht zu seinem Wort. Er setzt seine Füße raus aus dem Boot und schaut Jesus an, weil er kennt Jesus. Er hat Zeichen und Wunder gesehen. Er hat gesehen, wie Jesus geheilt hat. Er hat gesehen, wie er blinde sehend gemacht hat. Und er hatte in diesem Augenblick das Vertrauen, dass, wenn es Jesus ist, der auf dem Wasser läuft und er ihn zu sich ruft, dann wird er nicht untergehen. Dann wird er auf dem Wasser laufen, so wie Jesus auf dem Wasser läuft. Und genau das ist passiert. Petrus ist ausgestiegen und hat einen Fuß nach dem anderen aufs Wasser gesetzt. Er ist nicht untergegangen. Aber dann plötzlich passiert es, dass er mit seinem Blick umherschweift, dass er die Wellen sieht, sie analysiert, feststellt, wie groß sie sind und mit welcher Macht sie auf ihn einprassen. Er sah, wie seine Kleidung im Wind herumwehte und er spürte das Wasser in seinem Gesicht. In diesem Augenblick erfüllte wieder Panik und Angst sein Herz und er fing an, tief ins Wasser zu sinken und fing an zu schreien, Herr, hilf mir. Doch genau in diesem Augenblick streckte Jesus seine Hand aus, packte Petrus und zog ihn raus aus dem Wasser. Und alles, was er in diesem Augenblick sagte, war, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Die beiden gingen wieder zurück ins Boot, setzten sich hinein und genau in diesem Augenblick wurde der Sturm still. Alle erkannten, dass es Jesus war und alles, was sie sagen konnten, war, Du bist der wahrhaftige Sohn Gottes. Was können wir nun aus dieser Geschichte lernen? Aus der Geschichte von Petrus, der mit dem Boot aufs Wasser gefahren ist mit den anderen Jüngern und dann auf einmal ein Sturm aufgekommen ist und er auf dem Wasser gelaufen ist. Was können wir daraus lernen? Ich habe mir aufgeschrieben, dass unser Leben ist eine Reise von einem Ort zu einem anderen. Von einem Ort, wo wir aktuell sind, zu einem Ort, wo wir sein sollen. Und das symbolisiert dieses Ufer. Oft in unserem Leben sind wir vielleicht noch nicht da, wo wir sein sollen. Und um da anzukommen, wo wir sein sollen, müssen wir manchmal über einen See fahren. Und vielleicht sogar manchmal über einen See fahren, wo auf einmal mitten auf dem See ein Sturm aufbrechen wird. Die Frage ist, warum in unserem Leben tauchen manchmal Stürme auf? Wozu? Ich denke, dass manchmal in unserem Leben Stürme auftauchen, damit sie uns a prüfen können, ob unser Vertrauen in Gott wirklich echt ist und ob wir wirklich an Gott glauben, aber auch gleichzeitig, damit dieser Sturm uns auch irgendwie stark machen kann. Das hört sich vielleicht komisch an, weil wenn man sich vorstellt, dass die Jünger in diesem Moment nicht dachten, okay, wir trainieren jetzt mal unsere Muskeln, sondern dass sie aus Panik versucht haben, das Wasser rauszuschaufeln. Aber Stürme in unserem Leben trainieren unseren Glauben. Stürme in unserem Leben trainieren unser Mindset, dass wir nicht aufgeben, an das Gute zu glauben. Dass wir nicht aufgeben, Hoffnung zu haben und dass wir darauf vertrauen, dass wir am anderen Ufer ankommen werden. Manchmal in einem Sturm fühlt sich alles so dunkel an. Es steht in der Bibel drin, dass es die vierte Nachtwache war. Das ist mitten in der Nacht, wenn es so richtig dunkel ist und wenn wir uns so richtig müde fühlen. So fühlt sich manchmal auch ein Sturm an. Gerade in diesen Zeiten, wo wir keine Kraft mehr haben, wo alles dunkel zu sein scheint, da passiert gerade das Chaos. Und wir fühlen uns auch irgendwie alleine, so wie die Jünger. Sie waren zu zwölft auf dem Boot. Wo war Jesus? Aber Jesus war nicht weit weg. Jesus war schon auf dem See unterwegs und genauso auch in unserem Leben. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass wir alleine sind, dass alles dunkel ist, dann sind wir genau in diesen Situationen nicht alleine, weil Jesus mit uns ist. Jesus geht mit uns durch diesen Sturm. Jesus lässt uns nicht alleine. Jesus ist an unserer Seite und hilft uns. Er ruft uns zu, dass wir keine Angst haben sollen, weil er bei uns ist. Und vielleicht erkennen wir ihn nicht genau in der Situation. Vielleicht verwechseln wir ihn manchmal als Gespenst in unserem Leben, aber eigentlich ist er Gottes Sohn. Eigentlich ist er da und unsere Augen sind irgendwie für einen kurzen Augenblick wie blind. Deswegen sollten wir die Hoffnung niemals aufgeben, dass Gott und Jesus niemals zu spät kommen in unserem Leben. Sie greifen genau ein, wenn es genau nötig ist. Sie lassen uns nicht allein in stürmischen Zeiten mit unserer eigenen Kraft, die so limitiert ist. Nein, Jesus ist bei uns. Und die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Kennst du ihn? Kannst du ihm vertrauen? Kennst du Jesus so sehr, dass du ihm vertrauen kannst? Oder kennst du Jesus nicht? Und das ist auch genau der Grund, warum du ihm nicht vertrauen kannst. Vielleicht sollten wir uns mehr damit befassen, wer Jesus ist, wer Gott ist, was sein Herzschlag ist und was er sich wünscht für uns. Wenn wir wüssten, dass er uns über alles liebt, dass er gute Pläne für unser Leben hat, dass er uns niemals alleine lässt, wie im Psalm 23, es steht über den guten Hirten, der seine Schafe führt, selbst durch die Täler, wo es manchmal auch mal Tiefen im Leben gibt, aber er führt sie hindurch. Er ist an ihrer Seite und führt sie aber auch zu schönen Wiesen. Er lässt uns nie alleine. Wenn wir wüssten, dass er dieser gute Hirte ist für unser Leben, dann würden wir niemals anfangen, daran zu zweifeln. Wenn wir nur wüssten, dass er sein ganzes Leben für uns am Kreuz hingegeben hat. Wenn das uns wirklich vor unserem geistlichen Auge tagtäglich stehen würde, dann würden wir niemals daran zweifeln, dass er uns nicht auch durch diese schwere Situation helfen kann. Er meint es gut mit unserem Leben. Er meint es gut mit uns. Und er gibt uns auch die Kraft, Stürme zu überstehen. Und ich glaube, wenn wir genau in diesen Situationen mutig sind und zu Gott beten und sagen, hilf mir gerade aus dieser Situation, dann hilft er uns. Er schenkt uns die Kraft, die wir brauchen, wirklich dieses Wasser aus diesem Boot hinaus zu schaufeln, sodass wir nicht untergehen. Er gibt uns im Herzen diese Gewissheit, dass wir durchhalten können bis ans andere Ufer. Und auch wenn die Wellen und der Wind ganz laut pfeifen in unserem Leben und uns versuchen, Panik in unser Herz hinein zu blasen, dann gibt uns Gott die Kraft, das abzublocken. Wir können uns entscheiden, was in unser Herz hineinkommt. Lassen wir Angst und Panik und Sorgen und tausend Fragen in unser Herz hinein? Oder lassen wir nur den Glauben und das Vertrauen in Jesus in unserem Herzen verwurzelt sein? Gerade in stürmischen Zeiten ist es so wichtig, dass wir darauf achten, was in unserem Herzen ist, weil das wird ziemlich laut sein. Und das kann entweder uns total in die Panik hineinführen und in die Verzweiflung oder in den tiefen Frieden, weil wir wissen, dass Gott gut ist. Und dass egal, was jetzt in diesem Augenblick passiert, dass das morgen besser sein wird, dass das übermorgen besser sein wird und dass wir am Ziel lebendig ankommen werden. Dass auch wenn der Schmerz jetzt da ist, dass er eines Tages nicht mehr da sein wird. Dass auch wenn das Leid jetzt da ist, dass es eines Tages nicht mehr da sein wird. Dass auch wenn die Verzweiflung jetzt da ist, dass sie morgen nicht mehr da sein wird. Weil Jesus sich darum kümmert, dass all das verschwindet. Und ich will dich ermutigen, wenn du weißt, wer Jesus ist, wenn du weißt, was er machen kann in deinem Leben und was er schon in deinem Leben gemacht hat, dann will ich dich ermutigen, dann fordere doch Jesus heraus. So wie Petrus. Er war mitten im Sturm, sieht diese Gestalt oder dieses Gespenst und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann ruf mich hinaus aufs Wasser. Und genau so kannst du das auch machen. Wenn du in deinem Leben bist, wo alles total chaotisch ist, dann ruf zu Jesus und sag, Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, was ich tun soll. Sag mir, was mein nächster Schritt ist. Sag mir, wo ich vielleicht mutig sein soll. Weil vielleicht manchmal in chaotischen Zeiten ist es dran, einen mutigen Schritt zu machen, sodass man ein Wunder erleben kann. Sodass man dieses Wunder erleben kann, auf dem Wasser zu laufen. Wäre Petrus nicht aus dem Boot ausgestiegen und hätte er auch nicht zu Jesus gerufen, wenn du es bist, dann ruf mich raus. Dann hätte er nie erlebt, wie es ist, auf dem Wasser zu laufen. Vielleicht haben wir genau in schweren Zeiten unseres Lebens die Möglichkeit, Wunder zu erleben. Und vielleicht auch nur gerade in schweren Zeiten. Weil wir da an der Grenze unserer Kraft ankommen und nur noch Gott was tun kann. Und es sind genau besondere Momente, wenn wir es zulassen, dass wir trotz Angst Gott vertrauen können. Wenn wir trotz Angst und Panik und Fragen sagen können, Gott, ich vertraue dir. Gott, wenn du mich rufst, ich gehe. Gott, ich vertraue deinem Wort, ganz egal, was du sagst. Die Frage ist nur, wissen wir, was Gott sagt? Wissen wir, was er uns verspricht? Kennen wir sein Wort? Wenn wir das nämlich nicht kennen, wie sollen wir dann in stürmischen Zeiten überleben? Weil gerade in stürmischen Zeiten tendinieren wir eher dazu, dass wir Dinge vergessen. Dass wir vergessen, wie gut Gott ist. Dass wir vergessen, dass er uns liebt. Dass wir vergessen, dass er gnädig zu uns ist. Aber wenn wir sein Wort kennen und wirklich daran festhalten und sagen, nein, ich zweifle nicht daran, ganz egal, wie laut und wie stark der Sturm ist, dann kann uns nichts überwinden. Dann können uns keine schweren Lebensphasen überwinden. Und es ist so besonders, gerade in schweren Zeiten trotzdem sagen zu können, Gott, ich vertraue dir, wenn man gerade in schweren Zeiten, wo das Leben wirklich tief ist, wenn man da auf Gottes Wort baut. Und ich habe so ein schönes Bild im Kopf gehabt, dass man gerade in schweren Zeiten wie an einem Fundament baut, das wirklich tief vergraben ist. Weil das Leben, wenn es schwer ist, das ist so wie die Down-Season des Lebens. Es ist so wie die Tiefe. Wenn du dein Leben so in einem Grafen darstellen würdest, es gibt Höhen und Tiefen. Und wenn man in den Tiefen, auf den Versprechungen und das, was Gott sagt, baut und sagt, ich vertraue dir, dann ist es wie ein Fundament, das du in der Tiefe baust. Und dann Schicht für Schicht kommst du wieder auf die Höhe des Lebens. Und auch wenn du sozusagen immer wieder Stürme in deinem Leben erlebst, wird dein Haus nicht wanken. Weil du hast in den Tiefen des Lebens ein tiefes Fundament gebaut, das dein ganzes Haus wirklich trägt. Und das ist so besonders. Und ich denke, genau das will Gott. Dass wir lernen, in den Tiefen des Lebens ihm zu vertrauen. Dass wir lernen, nicht zu zweifeln an seinen Worten. Weil wenn wir dann in den Höhlen des Lebens sind, dann ist unsere Freude unabhängig von unseren Umständen. Weil wir gelernt haben, in den Tiefen des Lebens wirklich Frieden zu haben. Und was ich an der Geschichte auch total spannend finde, ist, auch wenn Petrus für einige Schritte auf dem Wasser gelaufen ist, hat er plötzlich angefangen herumzuschauen. Er hat auf die Wellen geschaut und hat festgestellt, wie riesig sie sind. Und dann hat er plötzlich angefangen zu sinken. Und vielleicht ist es in unserem Leben genauso, dass wir für einen kurzen Moment auf Jesus schauen und Wunder erleben in unserem Leben und total glücklich sind, weil wir irgendwie Leichtigkeit in unserem Leben mitten im Chaos erleben. Doch dann fangen wir plötzlich an, das Chaos anzusehen. Wir fangen an, es zu analysieren und irgendwie uns davon faszinieren zu lassen. Wir schauen es an und können ganz genau sagen, was falsch ist. Wir verbringen sehr viel Zeit mit den negativen Dingen, die um uns herum passieren, in der Welt herum passieren. Und alles, was in unserem Kopf ist, sind nur die negativen Dinge. Und wir fangen an, darin zu versinken. Aber Jesus will nicht, dass wir in den ganzen negativen Dingen und in dem Chaos, das tatsächlich um uns herum geschieht, dass wir darin versinken. Jesus will, dass wir ihn anschauen. Jesus will, dass wir lernen, mitten im Chaos, mitten im Sturm, nicht auf die Wellen zu schauen, sondern auf ihn. Weil wenn wir auf ihn schauen, dann können wir auf dem Wasser laufen. Dann können wir über dem ganzen Chaos stehen und wir versinken nicht darin. Ganz egal, wie hoch die Wellen sind, wir gehen nicht unter. Wir treten auf jede einzelne Welle und stehen darüber. Und das ist das, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir wie Scheuklappen aufhaben, wenn es in unserem Leben schwer ist und dass wir für einen Augenblick, ja vielleicht sogar länger, vergessen, was um uns herum passiert und nur ihn anschauen. Ganz praktisch. Wenn wir schwere Zeiten haben und immer wieder erleben, dass es uns sehr stark an Energie kostet, wenn Zeiten extrem schwer sind und wir emotional wie in einem Sturm sind und unsere Emotionen wie Wellen hoch und runter gehen und uns links und rechts umklatschen, dann alles, was wir eigentlich tun sollten, ist Scheuklappen aufsetzen, uns hinsetzen und Jesus anschauen. Weil dann wird der Sturm still. Die Wellen werden still und wir spüren sie nicht mehr, weil Jesus sie so wie abschirmt. Jesus hält die Wellen fern und wir können wieder auftanken mitten im Sturm. Wir finden einen Ort, wo wir Frieden finden, wo wir Hoffnung finden, mitten im Chaos des Lebens. Und dieser Ort ist bei Jesus. Deswegen will ich dich ermutigen, wenn das Leben schwer ist und deine Energie wirklich niedrig ist, dann verbringe umso mehr Zeit mit Jesus. Er schenkt dir Kraft. Er schenkt dir den Mut, den du brauchst. Er schenkt die Hoffnung, die du brauchst. Er schenkt dir den Frieden, den du brauchst. Und selbst wenn wir wie Petrus dann doch die Wellen anschauen, lässt Jesus uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht einfach untergehen. Nein, er reicht seine Hand und zieht uns da wieder raus und möchte, dass wir wieder auf dem Wasser stehen. Aber er sagt uns auch, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und ja, wir sind Menschen. Wir zweifeln immer wieder. Aber Jesus möchte uns ermutigen, nicht zu zweifeln, dass ihm alles möglich ist. Wir sehen manchmal im Leben nur unsere Fähigkeiten, das, was wir können und das, was wir hinkriegen und versuchen es auch, alles hinzukriegen. Aber genau in diesen Momenten, wo wir sagen, ich kriege das Leben nicht mehr hin und ich habe die Kraft, nicht mehr das Leben hinzukriegen, genau in diesen Momenten kann Gott voll eingreifen. Genau in diesen Momenten kann Gott sagen, okay, gut, ich übernehme das Steuer. Vertraust du mir? Und genau in diesen Momenten kann Gott hundertprozentig in deinem Leben wirken. Die Frage ist, lässt du ihn? Die Frage ist, vertraust du ihm? Öfftest du ihm die Tür und sagst, komm herein, übernimm das Steuer und ich lehne mich zurück. Und vielleicht manchmal in stürmischen Zeiten geht es gar nicht darum, dass wir etwas leisten, sondern dass wir uns zurücklehnen und lernen zu vertrauen, dass wir uns zurücklehnen und lernen, in Frieden einfach auf Gottes Stimme zu hören und nicht analysieren, was wir vielleicht noch hätten machen können. Lass mich also ein Statement machen. Wenn wir darauf fokussiert sind, weil Jesus ist, dann werden wir nicht sinken. Du entscheidest, ob der Sturm dich zerbricht oder ob du daraus stärker herausgehst. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Fokus, worauf du schaust. Du entscheidest, ob der Sturm dich zerbricht oder ob du stärker daraus herausgehst. Es ist deine Entscheidung. Worauf legst du deinen Fokus? Auf die Wellen oder auf Jesus? Und ich kann es immer wieder sagen und auch diese Frage stellen, kennst du Jesus genug, dass du ihm wirklich vertrauen kannst? Ich denke, gerade in stürmischen Zeiten zeigt sich, ob wir Jesus wirklich kennen. Weil wenn wir ihm nicht vertrauen, dann kennen wir ihn nicht. Wenn wir Panik haben anstatt Frieden, dann zeigt es eigentlich, dass wir gar nicht wissen, wie gut er eigentlich zu uns ist. Deswegen möchte ich dich ermutigen, befasse dich mehr mit Jesus und finde heraus, was er für dein Leben will und wie sehr er dich liebt. Weil wenn die Liebe tief in deinem Herzen verankert ist, dann wirst du Frieden haben, selbst im Sturm und in chaotischen Situationen. Und vielleicht bist du in deinem Leben überfordert, weil du die ganze Zeit versucht hast, alles aus deiner eigenen Kraft zu machen. Ich habe vorher erzählt, dass Gott zu 100% in unserem Leben wirken kann, wenn wir an unseren Grenzen ankommen. Und vielleicht genau das braucht es, dass wir lernen, dass wir nichts aus eigener Kraft machen müssen, dass wir alles Gott abgeben können, dass er das Steuer übernimmt und dass wir immer wieder bei ihm auftanken können, uns zurücklehnen können, ihm vertrauen können und nicht gegen die Wellen ankämpfen müssen. Weil er tut es Wunder. Er tut es Wunder, dass wir auf dem Wasser laufen. Wir können das nicht erzeugen. Frag also Jesus, was dran ist. Ob es dran ist, in deinem Boot sitzen zu bleiben und das Wasser immer wieder rauszuschaufeln, sodass es nicht sinkt. Mir ist gerade so ein Bild oder irgendwie so eine Idee in den Kopf gekommen, dass dieses Wasser, was in dein Boot reinkommt, das sind eigentlich alles Dinge, die in deinem Leben versuchen, dich unterzubringen oder zu versinken. Sowas wie Lügen, sowas wie Verzweiflung, Panik. Vor allem Lügen, die du irgendwie glaubst, die gar nicht echt sind. Vielleicht glaubst du, dass Gott so und so ist, dass er vielleicht nicht gnädig ist, dass er dich nicht liebt, dass er es gar nicht gut mit dir meint, dass er dich irgendwie jetzt bestrafen will. Das sind alles Lügen, die dich versuchen, in diesem See zu ertränken. Und frag Jesus, ob es Zeit ist, diese Lügen aus deinem Leben aufzuräumen, diese rauszuschiffen, sodass dein Boot nicht untergeht. Oder vielleicht ist es auch dran, dass du mutig aus deinem Boot aussteigst, so wie Petrus. Dass du anfängst, deine Grenzen zu überschreiten und über dich hinauswächst. Dass du neues Vertrauen aufbauen kannst. Dass du lernst, auf dem Wasser zu laufen und auch mal mutig zu sein. Frag mal Jesus, was für dich der nächste Step ist. Du musst nicht den ganzen Weg kennen, schon das Ufer sehen. Das Wichtige ist nur, dass du weißt, was dein nächster Schritt ist. Und auch wenn wir Menschen sind, ich glaube, es tut Gott auch irgendwie weh. Wenn wir immer wieder an ihm zweifeln und auch daran zweifeln, dass er uns liebt, dass wir an seinen Worten zweifeln. Ich persönlich, ich entschuldige mich dann immer bei Gott und sage, es tut mir leid, dass ich gedacht habe, dass du nicht fähig bist, das hinzukriegen, dass ich gedacht habe, dass ich das selber hinkriegen muss, dass ich gedacht habe, dass du es nicht gut mit mir meinst. Entschuldige dich bei Gott und lade ihn ein, in dein Boot zu steigen. So wie in der Geschichte. Petrus und Jesus sind zurück zum Boot gegangen und haben sich hineingesetzt. Und der Sturm wurde auf einmal still. Ich glaube, wenn wir Jesus in unser Lebensboot hinein einladen, dann werden die Stürme still, weil alles, was wir sehen, ist nur noch Jesus, der in unserem Lebensboot sitzt. Und genau so können wir auch alle Stürme des Lebens überstehen. Ganz egal, wie hoch die Wellen sind. Ganz egal, wie stürmisch es ist. Weil Jesus mit uns ist. Und die Stürme des Lebensboot ist nicht nur so wie hoch die Erinnerung. Und das ist der Grund,